Ein Busfahrer hat die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und der Bus ist unkontrolliert in das Schaufenster eines Schuhgeschäftes gefahren. Zum Glück ist niemand verletzt worden. Das THW wurde von der Feuerwehr angefordert, um den verunglückten Bus zu bergen und das durch den Unfall beschädigte Haus gegebenenfalls gegen Einsturz zu sichern. Der Zugführer des technischen Zuges begutachtet den Unfall und schätzt die Lage am Einsatzort ein. Der Bus ist in der Betonmauer verkeilt. Die Einsatzkräfte werden ihn mit einem Betonschneider freilegen müssen, bevor der Bus aus dem Gebäude gezogen werden kann. Die Hauswand ist von dem Unfall stark beschädigt. Das Gebäude wird mit einem Abstützsystemholz, ASH, gegen Einsturz gesichert werden. Nachdem der Zugführer seine Ortsbegehung abgeschlossen hat, ist in der Zwischenzeit die Fachgruppe Räumen eingetroffen. Diese besteht aus einem Radlader oder einem Bagger und einem Lastkraftwagenkipper. In diesem Einsatz wird der Radlader benötigt, um den Bus aus dem Schuhgeschäft zu ziehen. Zusätzlich sollte die Bergungsgruppe 1 bereits mit einem Gerätekraftwagen, GKW, unterwegs sein. Die Fachgruppe Räumen und auch der GKW sind eingetroffen. Die Fahrzeuge müssen nun strategisch sinnvoll am Einsatzort abgestellt werden, bevor es an die Bergung des Busses geht. Die Fahrzeuge müssen eingetroffen werden, bevor es an die Bergung des Busses geht. Die Fahrzeuge müssen eingetroffen werden, wenn die Bergung des Busses geht. Die Fahrzeuge müssen eingetroffen werden, wenn die Bergung des Busses geht. Musik Die Fahrzeuge wurden in den vom Zugführer zugewiesenen Bereichen erfolgreich abgestellt. Rüste als nächstes die Einsatzkräfte der Räumungsgruppe aus. Die Einsatzkräfte sollten sich am GKW mit Warnwesten ausrüsten. Musik 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 Nachdem die Einsatzkräfte sich die Warnwesten übergezogen haben, kann das Einsatzgebiet abgesperrt werden. Zur ordnungsgemäßen Absperrung der Straße sind auf dem GKW Pylone vorhanden. Rüste eine Einsatzkraft mit den Pylonen aus und platziere sie an den markierten Positionen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Zur Überwachung wird ein Einsatzsicherungssystem ESS verwendet. Die Einsatzkräfte installieren ein ESS. Dieses überwacht per Laser millimetergenau Bewegungen in der Gebäudestruktur. So können die Einsatzkräfte jederzeit gewarnt werden, wenn das Gebäude einzustürzen droht und das Risiko für die eingesetzten Kräfte wird minimiert. Für höchstmögliche Präzision werden Reflektormarker verwendet, die an ausgewählten Stellen am Gebäude angebracht werden. Diese fungieren als Messpunkte des ESS. Eine Messung ohne Reflektormarker wäre auch möglich, aber deutlich ungenauer. Das ESS ist jetzt voll einsatzfähig und die Statik des Gebäudes wird präzise überwacht. Nun geht es daran, das Abstützsystemholz abzuladen, bevor es aufgebaut werden kann. Das Abstützsystemholz, ASH, wird dafür verwendet, einsturzgefährdete Gebäude zu stabilisieren. Lade das ASH mit dem Radlader an der markierten Position ab, um den Aufbau vorzubereiten. Ich werde das Abstützsystem mal beendet, um das Abstützsystem zu ver бывern. Ich werde es nachgefahr! Ich werde es nachgefahr! Ich werde dem Radlader jetzt aufbauen. Ich werde das Abstützsystem Survivor verursachen. Ich werde es zum Ab gripschen, für die Schicht zu bauen. Ich werde das Abständen Constituyzen unter Drucken verwenden. Ich werde die Abständen be Betroffen sein. Ich werde es nach unten. Ich werde es um Abständen herumraining. Ich werde mich in der Zeitung. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das Abstützsystemholz ist nun bereit zum Aufbau. Die Einsatzkräfte sollen sich nun zum ASH begeben, um es aufzubauen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Die Einsatzkräfte sind jetzt am ASH positioniert. Baue nun das ASH an der beschädigten Gebäudewand auf. Positioniere die Bohnentreibladen an den korrekten Positionen, um ein stabiles Gerüst zu errichten. Vorbildlich fahre nun mit dem Aufbau fort, indem du die Streichbalken hinzufügst, um ein stabiles Gerüst zu errichten. Baue nun die Strebstützen auf. Es fehlen nun noch die Verbindungsblöcke, die am oberen Ende des ASH angebracht werden. Sehr gut, positioniere nun noch zusätzliche Holzlatten, um die Stabilität des Gerüstes herzustellen und den Aufbau abzuschließen. Hervorragende Arbeit! Die Gebäudewand ist nun ordnungsgemäß abgestützt und sicher. Nun kann es an die Bergung des Busses gehen. Der Bus muss aus dem Beton, in dem er verkeilt ist, freigeschnitten werden. Die Einsatzkraft ist nun korrekt ausgestattet. Sie kann die Betonkettensäge nun benutzen. Jetzt, wo der Bus nicht mehr durch den Beton festgehalten wird, kann er vorsichtig aus dem Gebäude herausgezogen werden. In dem Bus und Radlader durch eine Abschleppstange verbunden werden, kann die Kraft des schweren Radladers ausgenutzt werden, um den Bus ohne viel Aufwand zu ziehen. Um Radlader und Bus miteinander verbinden zu können, muss der Radlader in Position gebracht werden. Sehr gut! Bewege eine Einsatzkraft zum Radlader, um nun die Abschleppstange an den Bus. Um Radlader und Buschleppstange an den Bus. Bus und Radlader sind nun fest miteinander verbunden. Der Bus kann jetzt aus dem Gebäude gezogen werden. Beschleunige den Radlader vorwärts und ziehe den Bus aus der Wand des Schuhgeschäftes. Stelle den Bus an der vom Zugführer vorgegebenen Position ab. Der Bus ist erfolgreich geborgen. Nun muss aber noch das Loch in der Hauswand provisorisch verschlossen werden. Um das Geschäft vor Witterung, Lünderung und gegen das Eindringen von Tieren zu schützen, muss das THW die Hauswand zumindest provisorisch verschließen. Dies geschieht mit Hilfe einer wetterfesten Abdeckplane. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, Lünderung im Auftrag des ZDF für funk, Lünderung im Auftrag des ZDF für funk. Sehr gute Arbeit. Der Einsatz ist hier damit abgeschlossen. Den Abtransport des Busses übernimmt ein privates Unternehmen.